Wir kennen uns länger als du denkst Das Lächeln, das du schenkst Kenn ich aus einem Traum Wir sind uns näher als du ahnst Die Dinge, die du planst Schaffst du nicht ohne mich? Du kannst mir euch vertrauen Wenn wir Horizont in Sicht Die Abendsonne schauen Dann folgen wir dem Licht Huuu, halt dich an mir fest Wir können fliegen Leg deinen Fahrschirm ab Und trau deinen Verstand Und wenn du mich lädst Können wir besiegen Wovor du Angst hast Also gib mir deine Hand Wir sind viel stärker als geplant Wer hätte das geahmt Genau wie in meinem Traum Dabei kennen wir kaum Du sagst wir zwei gegen den Rest Was dich nicht planen lässt Passiert gerade jetzt Wir können uns vertrauen Wir können uns vertrauen Wenn wir Horizont in Sicht In die weite Welt raus schauen Bis unser Licht Bis unser Licht die Grenzen bricht Huuu, halt dich an mir fest Huuu, halt dich an mir fest Wir können fliegen Wovor du Angst hast Wovor du Angst hast Wovor du Angst hast Also gib mir deine Hand Wir sind viel stärker als geplant Wer hätte das geplant Huuu, halt dich an mir fest Huuu, halt dich an mir fest Huuu, halt dich an mir fest Huuu, wir können fliegen Leg deinen Fahrschirm ab Und trau deinen Verstand Huuu, und wenn du mich lädst Huuu, und wenn du mich lädst Huuu, wir können fliegen 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 Huuu, wenn du dich жизncladen Making meifer saß bis zum nächsten Mal Also ich bin die Michelle und ich bin die Chrissy und zusammen sind wir Luttenberger Klug. Sie ist 19 Jahre alt, spielt super toll Klavier, kann gut singen, sie ist 20 Jahre alt, meine Bandkollegin und Freundin und spielt Gitarre. Die letzten zwei Jahre haben wir eigentlich sehr viel mit der Aufbauarbeit in Österreich verbracht. Wir sind mit Vergiss mich auf Platz 3 in Charts gewesen, also das war für uns einer der größten Erfolge bisher und haben in der Zwischenzeit auch zwei tolle Preise in Österreich bekommen. Dem Amadeus. Also das ist sowas wie der Echo in Deutschland. Wir haben auch selbst geschrieben auf dem neuen Album, was ja am ersten noch nicht der Fall war. Wir haben einfach jetzt ein bisschen unsere Linie gefunden, haben einen Weg gefunden, wie wir unsere Musik und unseren Stil verkörpern können. Und das ist uns mit unserem zweiten Album wirklich sehr gut gelungen, finde ich. Ja, wir haben heute unser Video gedreht. Wir haben hier natürlich auch eine wunderschöne Aussicht. Da hinten ist zum Beispiel der Alexanderplatz. Genau, der Fernsehturm. Also der Song Fliegen kommt von dem Produzententeam Gigi's, die unter anderem schon mit Carl Ce Candela zusammengearbeitet haben. Wir wollen die Menschen einfach zum Fliegen motivieren. Und wir wollen sie mitnehmen auf eine Reise aus sich heraus einfach und den Tag zu genießen, mal was Ungeplantes zu machen, ein bisschen spontan zu sein. So wie wir halt sie. Halt dich an mir fest, wir können fliegen, wovor du Angst hast, also gib mir deine Hand. Und wir wollen sie nicht übernehmen. несколько Minuten, zum Beispiel für den ganzen Tag. Und wir wollen sie mitnehmen. 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 Vielen Dank.